so zweite halbzeit das spiel wie eben bloß seiten wechseln jetzt entscheidet alles modus team müsste jetzt theoretisch nur zwei punkte mehr machen wie in der vorrunde aber abwarten abwarten und tätigen das ist eine map diese natürlich alle lieben aber so sind die schwierigen zu wollen ja spannendes mit spannendes mit und ich habe kaputt so ein scheiß team blau führt mit dem ersten tor mal sehen die müssten theoretisch jetzt acht toren machen um das turnier zu gewinnen mal schauen ob sie es schaffen beide fluchen ja diese mit aber beide teams mögen die nicht aber was muss das muss das leben ist kein Pony ruf beide teams sind eigentlich stark relativ gut ah das war das war nicht schön aber das heißt ja nix das heißt ja nix sieben sieben minuten noch zu spielen und es steht zwei zu null da hat 13 0 oh je komm team orange ihr schafft es da bringt kein fluchen und kein jammern ihr müsst dadurch was macht Felix da tanzt auf eine stange wie ein Huhn dann wie ein Huhn hm hm wer weiß wer weiß wer weiß hm hm das sind ja noch zehn sieben Minuten zu spielen kann noch alles passieren in der Zeit aber na und die schaffen es oh das will knapp komm team orange ihr schafft es wir glauben an euch ja schön erstes tor für die team orange siehst du das klappt doch ja schön erstes tor für die team orange siehst du das klappt doch nur festen glauben nur festen glauben nur festen glauben 4 1 in der sechsten minuten kann noch alles möglich sein die rutsch bräuchte team orange nur wenn ihr tor auf deutsch gesagt jetzt doof rumstehen und die zeit für sich spielen lassen um zu gewinnen ein ein a a a a a a a a a Spiel 3 braucht Zeit, Timo Wansch. Jetzt nicht haltgierig werden. Weg mit der Pille. Ah, schade. Aber gutes Tor für Team Blau. Es sind noch 4 Minuten 30 zu spielen. Ah, vergeigt. Auch vergeigt. Komm schon. Drei Minuten noch zu spielen. Drei Minuten. 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 Schön gehalten. Und weg mit der Pitta. 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 Aber es sind immer noch zwei Minuten zu spielen. Schade, schade. Eine Minute und 50 noch. 1-30. Spannendes Duell. Ob die noch zwei Tore schaffen. Man weiß es nicht. Aber meistens nicht. Letzte Minute. Jetzt geht es um alles. Oder nichts. Jetzt versuchen sie auf Krampf noch Tore zu kriegen. Das fehlt aber nichts. Dem fehlt mindestens ein Tor. Oder mindestens zwei. Um den Sack zuzuschnüren. Ja und. Ja. Schön. Sehr schön. Auf 22 Sekunden zu spielen. In der zweiten Halbzeit. Wenn Team Blau jetzt kein Tor mehr macht, hat Team Orange gewonnen. 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Vorbei. Aus, aus und vorbei. 약 fünfberry. On меч auch um nach.